Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, weiter geht's mit dem was weiß ich wie vielten Video, das mittlerweile ist. Wahnsinn, ich wollte gar nicht so viel machen. Jetzt ist es halt doch ganz einfach so lang geworden. Was soll's? Dafür kriegt ihr halt einen umfassenden Überblick über das Programm von Safari Limited für 2022. Ja, 180 Seiten Katalog oder knapp 180 Seiten. Wir sind hier bei Seite 152. Ich werde auch hier wieder ein bisschen flotter durchgehen. Wenn es euch zu schnell ist, einfach das Bild anhalten. Dann könnt ihr euch die Figur nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich werde euch auf jeden Fall immer eine grobe Größe dazu sagen. Höhe, Breite, dann wisst ihr, ob es zu eurer Sammlung passt. Ja, und dazu wünsche ich euch auch in diesem Teil ganz viel Spaß. Mal schauen, wie weit wir dieses Mal kommen. Es geht weiter mit den Wild Safari Sea Life Tieren. Bin sehr gespannt, was hier auf uns wartet. Und wir starten hier mit dieser Seite. Ich gehe gleich wieder in die Vergrößerung. So, ich mache es ganz groß, damit ihr es auch schön deutlich seht. Los geht es hier mit einem Oktopus, eher bläulich gefärbt, mit einer Länge von 10 cm. Hier haben wir einen großen Tintenfisch mit einer Länge von 23,5 cm, dank seiner Tentakel. Dann haben wir hier einen orangefarbenen Oktopus. Ich denke mal, das ist das gleiche Modell wie hier oben. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber doch sieht so aus. Ja, auch eine Größe von ca. 10 cm in der Länge, Breite, gerade mal knapp 4 cm hoch. Auf der nächsten Seite geht es ja weiter mit einer Lederschildkröte. 10,2 cm in der Länge. Dann haben wir hier eine grüne Sehschildkröte. Warum sie die grün nennen, obwohl sie braun ist, ich kann es euch nicht sagen. 9,7 cm lang. Und hier drunter seht ihr direkt, ja, nochmal eine grüne Sehschildkröte. Die ist 8 cm lang, hier. Loggerhead Turtle ist eine unechte Schildkröte, eine Sehschildkröte mit 7,5 cm Länge. Dann geht es hier, ach, hier haben wir übrigens noch einen Sehschildkrötenbaby. Etwas über 5 cm lang. So, hier geht es weiter mit einem Seelöwen. 6,3 cm in der Länge. 5,5 cm hoch. Wir haben hier einen Seeleopard mit über 15 cm in der Länge hier liegend. Auch mal schön, ja, so leicht von der Seite. Hier nochmal alle Tiere in der Übersicht. Wir springen auf die nächste Seite. Und hier geht es gleich weiter mit Pinguinen. Hier ganz links der Humboldt-Pinguin mit einer Höhe von 7,6 cm. Dann hier der Kaiser-Pinguin, eine Höhe von 8,2 cm. Der Kinn-Riemen-Pinguin mit einer Höhe von 6,3 cm. Ein Felsen-Pinguin mit einer Höhe von 5,3 cm. Und ein südafrikanischer Pinguin, eher in einer schwimmenden oder liegenden Pose, mit einer Länge von 6,4 cm. So, dann geht es hier unten weiter mit einem Eisbären. 12 cm lang, natürlich auch noch ein Eisbären-Jungtier. Knapp 7 cm lang. Hier übrigens sehr schön die Fellstruktur zu sehen. Dann geht es hier oben weiter. Manatee, eine Seekuh, 14,7 cm lang. Dann haben wir hier, ja, den Atlantischen Weißstreifen-Delfin. Der ist 2020 erschienen, hat eine Länge von etwas über 12 cm. Hier haben wir einen gemeinen Delfin, auch schon ein bisschen älteres Modell, mit knapp 12 cm in der Länge. Hier eine springende Pose. Hier haben wir nochmal einen Delfin, 12,7 cm lang. Hier ein kleiner Wal mit einem unaussprechlichen Namen. Nennen wir ihn doch ganz einfach Schweinswal. Dieser hier kommt mit einer Länge von knapp 10 cm und sieht doch echt goldig aus. Hier unten haben wir einen Schwertwal, einen Eukar, mit 14,7 cm in der Länge. Somit wären wir auch schon wieder auf dieser Seite durch. Was erwartet uns auf der nächsten? Ja, Wale ohne Ende. Ja, ich mache es ganz groß. Humpback Whale, der Buckelwal mit einer Länge von 15,8 cm. Hat hier ein blaues Auge bekommen sogar. Dann hier drunter ein Blauwal, über 23 cm lang. Dann haben wir hier ein Pottwal, gehört zu den Zahnwalen. Glaube ich auch schon wieder ein bisschen älteres Modell. Und hier unten haben wir auch noch, ja, Right Whale. Hier kenne ich mich wirklich gar nicht gut aus. Hat eine Länge von über 23 cm. Dann geht es hier oben rechts weiter. Ein Seiwal mit 19,5 cm in der Länge. Hier haben wir einen Pilotwal. Über 15 cm lang. So, Grönlandwal. Gehört auch zu den Glattwalen. Und der wird, glaube ich, ziemlich alt. War es nicht so knapp 22 cm groß. Dann haben wir hier nochmal ein Eukar. Ein Killerwal. Schwertwal wird er auch genannt. Hat hier eine Länge von knapp 15 cm. Haben wir hier noch was? Nein, das war es schon wieder. Ja, hier nochmal alle 8 Wale in der Übersicht. Ihr seht, ich mache ein bisschen schneller. Sonst werde ich hier wahrscheinlich niemals fertig werden. Gut. Nächste Seite. Und vergrößern. Hier der Pottwal in allen Weltmeeren vertreten. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. mit einer Länge von über 22 cm. So, dann haben wir hier einfach einen Seestern. Warte mal, ich mache noch ein bisschen größer. So, Seestern. Der ist ganz weich aus Gummi. Den habe ich da, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Ich weiß gar nicht. Mal gucken. 11 cm. Dann, was haben wir hier? Ein Hairochen. Mit knapp 11 cm in der Länge. Hat eine interessante Musterung. Hier haben wir schließlich ein Rochen. Ein Mantarochen. Weit geöffneten Maul. Schaut euch das an. Von der Länge von 14,5 cm. Ja, weiter geht es hier mit einem etwas kleineren Mantarochen. Hier haben wir gerade mal etwas über 7 cm. Hier oben. Ja, Mega Mouth Shark. Sagt schon der Name. Riesenmaulhai. Mit einer Länge von, ja, etwas über 14,5 cm. Dann haben wir hier der Basking Shark. Also sprich, der Riesenhai. Wird hier mal locker 10 m lang. Hat hier aber nur 13 cm Größe. Dann haben wir hier, ja, ein Hammerhai. 14,7 cm lang. Dann haben wir hier den großen weißen Hai. 14,5 cm lang. Auch hier die vielen kleinen scharfen Zähnchen angedeutet. Die immer wieder und ständig nachwachsen. Ja, auch diese Seite haben wir wieder durch. Wir springen weiter. Und noch mehr Haie. Weiter geht es hier mit dem Zitronenhai. 14,4 cm. Der graue Riffhai. 15,2 cm. Der Makohai. 15,5 cm. Dann der Bambushai. 13,3 cm. Mit seinen charakteristischen Streifen. Dann haben wir hier einen Sandtigerhai. Eine Neuheit von 2020. Hat hier übrigens eine deutlich rauere Haut bekommen. Sehr interessant. 16,5 cm lang. Hier oben rechts geht es weiter. Mit einem Bullenhai. 13,4 cm lang. Der Weißspitzenhochsee. Oder auch Weißflossenhai genannt. Warum, wieso, weshalb. Das sieht man eigentlich schon an der Bemalung. Hat eine Länge von 15,3 cm. Hier ein Weißspitzenriffhai. Mit einer Länge von 12,7 cm. Ja, der Thrasher Shark. Auch Fuchshai genannt. Hat hier eine Länge von 15,2 cm. Was haben wir hier? Nochmal ein großer, weißer Hai. Mit 15,6 cm in der Länge. Okay. Das war es dann auch schon wieder auf dieser Seite. Wir gehen weiter. Noch mehr Haie. Du liebe Zeit. Hai-Alarm im Ozean. Ja, hier der Schwarzspitzenriffhai. Auch hier weiß man, wo der Name herkommt. Mit einer Länge von etwas über 12 cm. Dann haben wir hier ein Leopardhai. 12,3 cm. Ein Zebrahai mit etwas über 10 cm. Dann haben wir hier ein Tigerhai. 13,5 cm. Nurse Shark. Hier haben wir den Atlantischen Ammenhai. Ist bei der Geburt gerade mal knapp 30 cm groß. Und wird irgendwann 4,30 m lang. Hier in einer Länge von 11,5 cm. Hier unten haben wir noch den Walhai. Auch hier mit seinem typischen Muster. Den Flecken, den Streifen. Hat eine Länge von 18,5 cm. Hier drüben. Ja, okay. Dann sind wir hier durch. Und wir kommen hier zum Monterey Bay Aquarium. Und da würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter. Hier mit dem großen weißen Hai. Mit einer Länge von knapp 22 cm. Weit aufgerissenes Maul. Die Zähne allerdings ein bisschen stumpf, wenn er mich fragt. Ja, aber sieht gut aus, wenn er auf dem Tisch steht. Mit den beiden Vorderflossen stützt er sich dann ab. Das gibt schon ein Bild. Ich mache nochmal ein bisschen größer. So, dann haben wir hier wieder ein Hammerhai. Mit einer Länge von knapp 20 cm. Hier haben wir einen Blauhai mit dem riesengroßen Auge. 17,2 cm. Ich springe gleich auf die nächste Seite. Hier haben wir einen Beluga-Wal. Auch eine schöne Pose. 21,8 cm lang. Ein Killer-Wal mit einer Länge von über 16 cm. Hier wieder ein Buckel-Wal. Auch eine schöne Pose. Auch eine nette Bemalung. Mit 33,5 cm Länge. Ein riesen Teil. Hier ein Nawal. Das Einhorn der Meere. 24,5 cm lang. Und hier ein Grau-Wal. 32 cm. Wow. Also das sind richtig, richtig große Teile. So, hier geht es wieder weiter mit einem Walhai. 21,5 cm in der Länge. Ein Tigerhai. 19 cm. Ein Sägefisch. 25,7 cm. Hier haben wir nochmal einen Mantarochen. 14,7 cm. Ja, hier haben wir einen Tümmler mit 15,7 cm. Und hier ein Riesen-Kalmar. Den kriegst du fast gar nicht aus Bild. Mit über 44 cm in der Länge. Wie krass, bitteschön. Ja, und ich glaube, hier sind wir auch schon wieder fertig. Mit dem Monterey Bay Aquarium. Und hier kommt das nächste Kapitel. Und ich glaube, da mache ich nochmal ein extra Video. Und dann sind wir durch. Ja, also hier ein kurzer Cut. Jetzt haben wir auch die Meerestiere durch. Im letzten Video wird es nochmal interessant. Denn da kommen noch viele, viele kleine interessante Gebiete. Solltet ihr nicht verpassen. Ansonsten hier an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wie immer, danke für euer Interesse. Ich kann mich nur wiederholen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Durchblättern wie ich hier mit diesem Katalog. Ich wünsche euch hammermäßig viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020